Ego, Deine Erfolgssituation Ego ist schwer zu überlisten, da es sich aus sieben gewandt hat. Die Verursacher von Egoismus musst du erkennen und total zerstören, da dieses falsche Denken dich daran hindert, dein unbeschreiblich großes inneres Potential zu erkennen und einzusetzen. Die Verursacher Reichtum Physische Kräfte, die Hochleistungen ermöglichen Geburt in außergewöhnliche Situationen Gelehrsamkeit Irgendwann einmal liegen, oder nicht? Gebe dein Ego total auf Das Ego ist sehr feinfühlig und schleicht immer wieder durch die Hintertür in deinen Mind Aufgabe Opfere deinen egoistischen Stolz Alles, was du erreichst, ist ein Geschenk deiner inneren Kraft